Rabeu Sei, Borech HaShem, über 2000 Menschen haben genommen einen Zappel. Eine Hand allein, 250 Sprüche aufgeführt, größer ist. Es geht noch um die Warte. Wer sie darf nicht, soll dankend am Eibersten. Aber jetzt ist es so geworden. Oder nimmt man, oder gibt man. Also wir dürfen helfen. Es kostet Momente, wir sind auf 16 Schuhe am Tag, machen alle so Klappen, die Räume so können nehmen. Wird angespannt, der Take-out ist immer nach ihm. Der Gebrochen sei groß. Der Polen suchen an, dass immer 50 Prozent von Amerika lauter benutzen. Aber wir wissen nicht in dem Anzeigen. Sie sollen sich mit Staaten sein. Sie sollen keine Social Distancing, beräuchig machen. Aber wir sollen sich an der Kirche bleiben. Wenn einer dem anderen nach oben helfen, der Räume soll sich mit Staaten sein, wie sie kennen. Aber größere Schuhe, ich darf schon helfen, der Ausgang von denen, sich frei in einem Gesinntheit.